Willkommen Flieger zur nächsten Folge der Flugschule für Bruchpiloten. Wir sind in War Thunder, amerikanische Fraktion. Wir wählen die SB D3 und HES Flight. Wir sagen, dass wir Unlimited Ammo oder Limited Ammo ja sagen, gehen auf Simulator Battle. Den Rest ist egal, weil wir machen ein Starten und Landen als üben. Das ist das letzte Mal, dass wir auf einer breiten Landebahn gestartet sind. Nachdem ihr das Starten und Landen jetzt ja völlig einfach findet und viel zu leicht wahrscheinlich, machen wir das mal unter etwas verhärteten Dingungen. Nur, ich habe mir überlegt, ich mache das mit euch, um zu zeigen, dass meine Schulungen einfach sind. Diese Schulung hier, diese Übung ist nicht einfach. Diese ist bösartig schwer und ich kann sagen, dass ich jetzt fünf oder sechs Maschinen vermacht habe und mal sehen, ob ich diese Landung hinkriege. Die letzten beiden haben geklappt. Insofern habe ich eine gute Chance, dass es klappt. Aber falls es nicht klappt, ist es eine Sache, aus der wir lernen können und das werden wir dann auch tun. Das heißt, ich werde das analysieren. Wir haben praktisch diese Maschine. Das ist ein Marinebomber. Wir haben drei Bomben an Bord, wie ihr oben seht. Die müssen wir loswerden, bevor wir landen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Limited Ammo einschaltet, sonst werdet ihr es nicht los. So, das erste, was man macht, ist Trimmen von dieser Maschine. Ich habe bereits getrimmt. Ich habe die ausgetrimmt. Wir sparen uns das. Und er hat das nicht gespeichert. Na, super. Okay. Ich glaube... Ach, das machen wir, wenn wir fliegen. Äh, verzeichen wir drauf. Wir starten das und wir gehen gleich in Medias Re, wie man so schön sagt. Ähm, das erste ist, wir drücken auf die Bremse. Oben seht ihr Rot-Break-off-Leuchten. Äh, wir schalten die Take-off-Flaps an von der Maschine. Geben Gas und in dem Augen, wo sie anfängt, sich in Medias Re zu ersetzen, gehen wir mit einer Bremse runter und dann schießt sie auch gleich vorwärts. Wir drücken die Nase runter und sorgen dafür, dass wir einen sauberen Start hinlegen. Das ist das erste, wo ihr versuchen solltet, keine Bruchpiloten zu sein. Auch wenn ihr diese Schuhe... Wir werden das sehen. So, also Gas geben. Loslassen. Nase runter. Und hepp. Fahrwerk rein. Flaps rein. Wir sind bei fast 200 Sachen. So, alles gut. Und ich habe den Headtracker vergessen einzuschalten. Der ist jetzt an. Jetzt können wir uns rumgucken. Sehen unseren Carrier. Wir sind gut weggekommen. Willkommen, äh, wie ist das? Herzlichen Glückwunsch, Flieger. Ist erfolgreich gestartet. So. Wir pumpen etwas höher, um gleich die Landung zu probieren. Erstmal, um wie die Trimmung, äh, wenn ich ihn gerade fliegen lasse, seht ihr, dass er... Also erstmal haben wir Bomben an Bord. Jetzt nicht mehr. Ähm, die Bomben kommen raus. Sonst könnt ihr das mit dem Landen ganz und gar vergessen. Und wir machen ein wenig Rudertrimmung. Und sorgen dafür, dass diese Trimmkugel in die Mitte kommt. Okay. Jetzt sorgen wir dafür, dass wir geradeaus fliegen. Wir geben ein bisschen Höhenruder. Merkt euch die Einstellung notfalls. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Seitenruder gegeben. Ich habe ein bisschen mit dem Stick korrigiert. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Noch mal zurück. Noch mal zurück. Noch mal zurück. So. Äh, ich glaube, jetzt ein bisschen Querruder geben. Na, das sieht ja schon ziemlich gut aus. Sehr schön. Da hinten ist unsere Carrier-Gruppe. Wir wollen landen. Dann wollen wir sehen, dass wir das hinkriegen. Wir fliegen den Carrier an. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Speed zurück. Mal gucken, dass wir ihn jetzt so... Jetzt haben wir noch mal Zeit, den ein bisschen auszutrimmen. Das ist wichtig mit dem Auszutrimmen. Glaubt mir. Ansonsten habt ihr es schwer bei der Landung. So. Wir fliegen erstmal ungefähr auf den Carrier zu. Und wenn wir eine... Wir haben jetzt eine Höhe von 400 Meter. Das ist ein bisschen viel. Wir gehen auf 300 Meter runter. Fliegen erstmal parallel zum Carrier. Und hinter den Carrier. Sozusagen. Wir... Der steht... Ihr fährt immer in den Wind. Das ist so. Wir gucken raus. Dass wir es sehen. Ihr könnt das übrigens auch ausprobieren. Äh, bei den Trainingsflügen ist das mit dabei. Warum kippt er jetzt zur linken Seite weg? Achso. Ähm... Speed auf 80% oder etwas weniger. Da ist der Carrier. Wir nähern uns jetzt. Wir machen ganz gemütliche Annäherung für diesen Flug. Wir lassen uns Zeit. Das ist nicht so einfach. Ach. Da vorne ist der Carrier. Ihr seht ihn. Ich gehe nochmal ein bisschen weg. Fahrwerk raus. Flaps. Die ersten Flaps raus. Was ist da schon? Landeflaps. Okay. So. Ich mache das mal ganz gern, dass ich die Flaps früh rausgebe. Das ist ein bisschen anders als in der Anleitung gewesen. Ich nehme weiter Speed weg. Und gleite jetzt ein bisschen in den Carrier hinein. Ihr könnt das mit Querruder ausgleichen, bis ihr irgendwie sauber reinkommt. Ich habe jetzt 30% Schub etwa. Ich versuche dort rein zu kommen. Und das übt ihr. So lange, bis ihr eine Landung hinbekommt. Unter Simulationsbedingungen natürlich. Und nicht irgendwie... So. So. Sobald ihr direkt am Landen seid. Das war's. Wunderbar. Flieger. Du hast es geschafft. Keinen Bruch gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Was dazu zu sagen ist, ist natürlich, dass es ein ziemlich schwerer Test ist. Aber wenn ihr das schafft, dann habt ihr zumindest das Starten und Landen begriffen. Deswegen haben wir das gemacht. Weil das wichtig ist, ihr werdet so häufig Starten landen. Und das müsst ihr. Und wenn ihr es nicht schafft, den Simulationsmodus gibt es Punkteabzug. Das heißt, was auch immer ihr in der Luft erreicht. Wenn ihr nicht sauber landen könnt, ist das alles für die Katz. Und deswegen wichtig. Nehmt diese amerikanische Maschine der Imperialisten. Der fiesen Imperialisten. Oder wie auch immer. Und fliegt eine Runde, die muss nicht perfekt sein. Aber sorgt dafür, dass ihr sauber landet mit dem Ding. Oder Simulationsbedingungen. Ich möchte kein Arkade oder Realismusquatsch sehen. Es soll irgendwie gleich unter richtigen, harten Bedingungen sein. Und dann reden wir weiter. Und dann gehen wir in die nächste Phase. Und dann wird es wieder ein bisschen spaßiger, wenn wir gehen zurück zu den Doppeldeckern. Und wenn ihr dann die Doppeldecker fliegt, seht ihr, wie schön einfach eigentlich diese ganze Geschichte ist. Und dass ihr irgendwie gar keine Sorge habt. Das hier war schwer. Ich weiß. Ihr habt bestimmt 10 Maschinen gecrashed. Wenn ihr das geschafft habt, ihr könnt gerne ein Video aufzeichnen. Das hochladen, das verlinken unter dieser Geschichte. Und euch zeigen, wie ihr das geschafft habt. So. Viel Spaß. Ich hoffe, das hat euch gefallen.